Glück auf und herzlich willkommen zur Softwaretechnik Vorlesung. Heute zum Thema Softwarewartung und dieses Bild im Hintergrund, das hat tatsächlich ein bisschen Symbolcharakter. Wir sehen da so einen Kran. Es gibt tatsächlich auch einen Umbau der Mensa, der stattfindet und davor steht jetzt eben dieser Party Diner und wir werden sehen, dass es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen Partys und Softwarewartung gibt, aber dazu gleich mehr. Die Themen heute in der Vorlesung, prinzipiell haben wir natürlich schon öfter über Schaukeln gesprochen oder im übertragenen Sinne über den Softwareentwicklungsprozess und in der letzten Vorlesung ging es um die Software-Evolution. Im Wesentlichen Software-Evolution als die Weiterentwicklung von Software und wir werden sehen, dass nicht alles, was wir sozusagen mit der Software machen, eine Weiterentwicklung ist, sondern dass es eben auch Wartungsaufgaben gibt und wir werden sehen, dass sich Wartung sehr stark unterscheidet von dem, was man sonst für Hardware, für Technik, für aber auch Sachen, die ohne Elektronik und Mechatronik auskommen, an Wartung versteht. Gut, die Vorlesung ist in drei Teile unterteilt. Im ersten Teil möchte ich euch anhand von einem Beispiel zeigen, was Softwarewartung eigentlich bedeutet, was da dahinter steht und wie das typischerweise abläuft. Im zweiten Teil möchte ich euch ein bisschen eine Einführung geben. Da gucken wir uns ein paar Begriffe an und grenzen das auch ein bisschen ab zur Software-Evolution, weil das sehr oft auch durcheinander geworfen wird und die Grenzen auch teilweise fließend sind. Und im letzten Teil wird es um ganz spezielle Wartungsaufgaben geben, wo wir ein bisschen detaillierter reingucken, was ist eigentlich diese Legacy-Software, von der wir alle reden und was meint eine Migration davon. Gut, dann legen wir los. Und ich hatte schon angekündigt, es geht um Partys. Da geht es nur im ersten Teil drum. Also wer auf Partys steht, da reden wir jetzt drüber. Und zwar über Silvesterpartys. Wuhu! So, das ist ein Bild vom London Eye. Ich habe leider kein Bild von 2017 gefunden. Wir versetzen uns jetzt einfach mal in die Lage. Dieses Bild ist aus dem Jahr 2017. Null Uhr, Silvester, große Stimmung. Und ich meine, ihr kennt das vielleicht auch. Silvester muss eins auf jeden Fall bestimmen. In den letzten zehn Sekunden vor 0 Uhr muss auf jeden Fall, also da muss alles passen. Ja, da zählt man vielleicht sogar einen Countdown runter. Und da könnte es passieren, dass ein Off-by-One-Error passiert. Aber das nur als kleiner Teaser. Jetzt die Frage, ist es wirklich Silvester sozusagen Party für alle? Natürlich, es gibt viele Berufe, die da arbeiten müssen. Insbesondere Personen, die mit der Softwareerwartung beschäftigt sind. Ein Beispiel hier, das ist jetzt wieder ein Screenshot, der sozusagen stellvertretend steht, der nicht genau um diese Uhrzeit aufgenommen wurde, weil ich da auf einer Silvesterparty war und das nicht live miterlebt habe im Internet. Aber im Prinzip waren zu diesem Zeitpunkt, am 1. Januar 2017, zahlreiche Webseiten offline. Und der Grund dafür war, den lösen wir gleich auf. Jetzt gibt es Firmen, die sozusagen stark in das Internet involviert sind und zum Beispiel in San Francisco, das ist der Hauptsitz von Cloudflare. Und Cloudflare hat auf einem Blogpost ausgeschrieben, was da eigentlich passiert ist. Und dazu hier das Statement. Also um Mitternacht zu Silvester gab es eben offensichtlich ein Problem mit der Software, nämlich mit der DNS-Software. Was bedeutet DNS? Naja, natürlich, das ist, ihr gebt immer oder gebt oft Namen ein für irgendwelche Server und die müssen auf IP-Adressen in Map werden. Teilweise gibt es auch mehrere Weiterleitungen, bis man dann zur IP-Adresse kommt. Und ein solchen Domain-Name-Service bietet eben Cloudflare an. Und der sorgt eben dafür, dass, wenn der nicht richtig funktioniert, anständig, dann haben wir eben ein großes Problem, weil dann können ein bestimmter Prozentsatz der Anfragen nicht beantwortet werden. In dem Fall war es so, dass 0,2 der DNS-Queries und 1% der HTTP-Anfragen nicht beantwortet werden konnten. Jetzt klingt das relativ unscheinbar. Ja, 0,2 oder 1%. Ich meine, wenn wir das auf die deutsche Automobilindustrie mappen und sagen, 1% der Autos von einem Hersteller bleibt an dem Tag stehen oder 1% der Autos, die tatsächlich an dem Tag gefahren werden, bleiben stehen, dann sehen wir, dass das natürlich schon massiver Fakt ist. Und das Ganze wird noch potenziert dadurch, hier geht es um HTTP-Anfragen. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was passiert bei einer Webseite, die tatsächlich 10 bis 50 verschiedene Domains anfragt, um sich Inhalte zusammenzusammeln und die dann zu präsentieren. Und da ist es relativ wahrscheinlich, dass viele Anfragen nicht funktioniert haben, zumindest die, die über Cloudflare liegen. Gut, es ist also schon ein hinreichend schwieriges Problem und wir gucken uns mal an, wie das behoben wurde. Und da sind wir jetzt tatsächlich bei Wartungsaufgaben. Ja, also das war nicht geplant, dass man da sich um 0 Uhr hinsetzt und uns sozusagen was behebt, sondern das war ungeplante Aufgabe, das musste schnell entwickelt werden unter Zeitdruck. Und das Beeindruckende ist an dem Beispiel, dass es wirklich sehr schnell gelungen ist, das Problem zu beheben. Nur ist das so, ein Anbieter im Internet, da gibt es Erreichbarkeiten, die sozusagen sehr hoch sein müssen. Das heißt, für die ist das normal, das gehört zum Alltag, die müssen solche Probleme auch wirklich schnell beheben, sonst kann das das ganze Unternehmen die Existenz kosten. Natürlich ist es so, das basiert jetzt, ihr könnt euch das selber durchlesen, auf einem Blogpost und natürlich werden nur die Positivfälle berichtet, aber der Fall zeigt einiges, was man sich abgucken kann, zeigt auch einiges, was so passiert und deswegen ist er, glaube ich, ganz interessant. Der eigentliche Fehler, warum eben diese ganzen Anfragen auf Webseiten nicht funktioniert haben, wurde innerhalb von 90 Minuten gepatcht. Das heißt, in diesen 90 Minuten, in anderthalb Stunden, also etwa so lang, wie die Vorlesung jetzt ist, in der Zeit wurde nicht nur der Fehler lokalisiert, es wurde erstmal erkannt, dass es ein Problem gibt, es wurde der Fehler lokalisiert, es wurde behoben, das Problem und es wurde dann sogar schon teilweise ausgeliefert und insgesamt ausgeliefert, sozusagen bis 6.45 Uhr war keine fehlerhafte Software mehr am Laufen. Und ich muss sagen, das ist sozusagen auch beeindruckend insofern, weil das, was wir sonst an Desktop-Software sehen, da kommt man dann natürlich nicht hin. Also ich meine, da kennen wir irgendwie Abläufe, dass man, es gibt Fehler unter Windows, die habe ich seit zwei Jahren, die eins zu eins so auftauchen, wo ich auch weiß, dass die nie behoben werden oder die Vermutung habe, dass die nie behoben werden und manche werden eben erst nach Monaten oder Jahren behoben. Das ist also eine ganz andere Liga, die wir hier haben und auch eine ganz andere Art der Entwicklung. Deswegen unterscheidet man eben auch zwischen Maintenance und Software Evolution. Gut, hier die Zeitachse sozusagen dazu, vielleicht noch zum Nachlesen. Wir gucken uns das Ganze mal grafisch an. Und zwar, was hieß das? Es gibt natürlich nicht sozusagen nur den einen Server, sondern es gibt viele Server. Und was wir hier sehen, ist sozusagen, wie stark waren diese Server jeweils betroffen. Und wir sehen an der Stelle, dass es eben Server gab, die offensichtlich stärker betroffen waren als andere. Und dass es den Server, den es am stärksten betroffen hat, auf dem wurde eben der Fix nach 90 Minuten als erstes ausprobiert. Und da sehen wir auch, dass es rapide dann eben runterging. Was dafür notwendig war, es war, den Server tatsächlich neu zu starten mit der neuen Software. Und danach hat er funktioniert. Und man hat das erst mal ausprobiert anhand von dem einen Server, weil es nützt einem auch nichts, wenn man damit alles andere Alarm legt. Aber es kann natürlich auch sein, dass man einfach einen neuen Fehler einbaut. Und das ist also ein typisches Prinzip. Generell in der Softwareentwicklung hatte ich schon mal angedeutet. All die großen Technikkonzerne machen das so, dass sie nicht einfach die Software rauspusten und sagen, jetzt alle Server kriegen die neue Software auf einmal, sondern man probiert das schrittweise aus. Oder teilweise sogar im Prozentsatz sozusagen der Kunden oder der Anfragen, die im Prozentual ausgewählt wird. So, das Interessante ist, sechs Stunden 45 hatte ich schon gesagt. Und jetzt waren die aber in San Francisco und nicht in London. Also das Problem ist zu UTC aufgetaucht, UTC Null. Und in San Francisco hatten sie also sozusagen acht Stunden Zeit. Also es war da 16 Uhr bei denen, als das Problem aufgetreten ist. Und natürlich hatten sie den Zeitdruck, dass sie Silvester feiern wollten. Das heißt, es ist klar, dass sie eben da rechtzeitig fertig werden wollten und das haben das interessanterweise auch geschafft. Gut, dazu zwei Zitate. Sometimes the problem is to discover what the problem is. Gordon Gleck ist ein ja leider schon verstorbener, sehr bekannter oder für gute Vorlesungen bekannter Informatiker, soweit ich das beurteilen kann, oder Softwaretechniker. Er hat sich auf jeden Fall viel mit Entwurfen befasst und die sozusagen beibragt. Und wenn ihr hier auf das Video, die Qualität von dem Bild ist nicht so gut, weil es aus einem Video ist, aber ihr könnt euch sogar die Vorlesung von ihm angucken. In der kommt jetzt glaube ich nicht das Zitat vor, aber ist vielleicht ganz interessant. Das heißt, das Problem vom Debuggen ist natürlich, wir wissen gar nicht, wo das Problem ist. Wir wissen nur, okay, es gibt ein Problem, aber was ist eigentlich das Problem? Und ich muss mich an der Stelle ganz offiziell entschuldigen. Ich habe es offensichtlich geschafft, in elf Vorlesungen nur Zitate von Männern zu bringen und in dieser Vorlesung werde ich das tatsächlich ändern. Hier ein Zitat von Jessica Joy Kerr. In Programming, it's dangerous to work near your working memory threshold. You get more mistakes and more complicated code. Also wir haben schon so ein bisschen bei der Evolution mal darüber gesprochen, dass wir natürlich, wir wollen irgendwie einfach einen Code haben, der so einfach wartbar sein. Das haben wir da schon besprochen. Und jetzt kommt die Stelle, wo wir sehen, warum das eigentlich so wichtig ist. Dieser Fehler musste halt ganz schnell behoben werden. Und das geht nur, wenn der Code gut verständlich ist, wenn man den Fehler schnell finden kann und wenn es nicht so viele Stellen gibt, die ich ändern muss. Das heißt, ein ganz entscheidender Punkt für die Softwarewartung ist, dass in der Software-Evolution tatsächlich schon vieles richtig läuft. Also wir brauchen einfach einen Code, wir brauchen eben diese Refactorings und den Clean Code, wie wir das letzte Woche besprochen haben. Gut, und jetzt gucken wir uns an, was die eigentliche Lösung war. Und ist es klar, dass man in den 90 Minuten jetzt nicht beliebig viel Code neu schreiben kann. Und tatsächlich war es in dem Beispiel so, dass ein Zeichen verändert werden musste. Also das linke Leerzeichen ist in dem Diff leider ein bisschen falsch erkannt worden. Das linke Leerzeichen wurde entfernt und dafür wurde ein kleiner eingesetzt. Was dahinter steht, gucken wir uns jetzt an. Es gibt typische Fehlannahmen von Programmierern über Zeit. Und wir sehen schon, also irgendwie muss es was mit der Zeit zu tun haben. Also dass es nur genau um 0 Uhr um Mitternacht zu Silvester ist. Das hat also irgendwas mit der Zeit zu tun. Gut, und einen, es gibt viele Fehlannahmen über Zeit, aber eine Fehlannahme ist, dass Zeit nicht rückwärts gehen kann. Und das stimmt natürlich für die Zeit, wie wir sie, wobei es kommt immer darauf an, was man als Zeit sieht. Aber natürlich ist Zeit an sich erstmal ein kontinuierlicher Prozess. Aber wir haben eben Zeit, in Zeitzonen, es gibt festgelegte Formate wie UTC und ähnliches. Und in diesen Formaten gibt es unter Umständen Sprünge, Diskontinuitäten. Und da ist eben die Frage, ob sich das Ganze immer monoton verändert oder ob es Zeitsprünge gibt. Ein Beispiel ist, das war, ich muss kurz überlegen, kommen wir später darauf, das führt jetzt glaube ich zu weit. Wir kommen aber gleich drauf, was wir nämlich da als Problem haben, ist, dass es Schaltsekunden gibt und die Schaltsekunden zum Beispiel zu Mitternacht an Silvester. Und dann kommt es eben ganz darauf an, wie das Betriebssystem das umsetzt, wie die Programmiersprachen umsetzen. Und es kann durchaus sein, dass die einfach die Zeit um eine Sekunde zurückschalten in irgendeinem Moment und plötzlich habe ich nicht mehr die Zeit, die immer vorwärts läuft, sondern Werte dadurch eben negativ werden können. Das heißt, wenn ich immer einfach Zeitstempel nehme und gucke, wie lange habe ich gebraucht, wie lange habe ich gebraucht, dann kann es sein, dass ich irgendwann mal in diese Zeitspanner reinkomme, wo die eine Sekunde zurückgeschaltet wurde und dann habe ich einen negativen Wert. Und wenn man mit diesem negativen Wert nicht rechnet, dann können halt verschiedene Sachen passieren. In dem Blogpost ist das genau beschrieben, was da passiert ist, ist aber jetzt für uns gar nicht so relevant. Die Frage ist eigentlich, wie gehen Betriebssysteme mit diesen Schaltsekunden um? Und interessanterweise hat Professor Spinellis genau das, gibt es ein YouTube-Video dazu, wenn ihr hier draufklickt, könnt ihr euch das angucken. Der hat nämlich genau von diesem Zeitpunkt, vom 1. Januar 2017, das mitgeloggt auf verschiedene Betriebssystemen, was da passiert, wie die mit der Zeit umgehen und wann die diese Schaltsekunde umsetzen. So, was wir da sehen, FreeBSD hat die Schaltsekunde einfach gar nicht umgesetzt. Das heißt natürlich auch, dass was auch immer da drauf läuft, an Software, nicht an diesem Zeitpunkt quasi das kritische Problem hat, sondern dann, wenn die Zeit wieder synchronisiert wird. Und da sind wir bei der nächsten Diskontinuität. Im Rechner gibt es einfach Ungenauigkeiten, die Zeit läuft nicht so genau. Das heißt, sie muss ab und zu synchronisiert werden. Und wenn sie synchronisiert wird, kann es natürlich sein, dass man die Zeit nach vorne oder zurückstellen muss. Und wenn man sie zurückstellen muss, dann kann wieder das gleiche Problem auftreten. Das heißt, es kann tatsächlich auch an beliebigen Stellen passieren und es muss nicht unbedingt um Mitternacht 0 Uhr sein. Gut, und dann sehen wir die anderen, die da durchaus unterschiedlich mit umgehen, die auch die Zeitanzeige durchaus unterschiedlich machen. Wir sehen hier das, was jetzt oben in groß ist, 23 Uhr 59 und 60 Sekunden zum Beispiel, oder dass es eben zweimal die 59 Sekunde gibt. Gut, das sozusagen als wichtiger Fakt, weil natürlich spielen da verschiedene Sachen zusammen und es ist eben wichtig auch zu wissen, dass sozusagen das Betriebssystem plus das, was eben ein darüber liegender Software ist, dass das vernünftig zusammen da funktionieren muss. Und im besten Fall hat man eben in der der Sopfer auch berücksichtigt, dass es negative Zeitsprünge geben kann. Gut, dazu Schaltsekunden. Wann gab es die jetzt eigentlich? Tatsächlich könnte man jetzt sagen, warum, Thomas, erzählst du uns was vom 1. Januar 2017? Naja, das war das letzte Mal, dass eine Schaltsekunde passiert ist. Schaltsekunden werden geplant. Das heißt, da guckt man danach, wie verändert sich die Zeit. Die Erdrotation ist nicht immer gleich schnell, sie passt nicht genau zur Sekunde, deswegen macht man diese Anpassung. Und das muss man natürlich auch beobachten und muss gucken sozusagen und dann wird das angenähert und wird quasi entschieden. Und soweit ich weiß, ist es auch für Ende dieses Jahres oder noch nicht entschieden, ob es zu einer Schaltsekunde kommen wird. Was schon entschieden ist, ist, dass es Ende Juni keine Schaltsekunde geben wird. Gut, das dazu. Und wir sehen tatsächlich, in der ersten Zeit gab es noch relativ viele dieser Schaltsekunden und in der letzten Zeit dann weniger. Das lag auch daran, dass man, als man mit den Schaltsekunden angefangen hat, tatsächlich noch ein bisschen was aufholen musste an Zeit. Also, das heißt, man musste an der Stelle erstmal noch diese zwei Zeiten, nämlich Tai als die tatsächliche Zeit, wenn man sozusagen die physische Konstellation der Erde betrachtet oder im Gegensatz zu UTC als die Weltstandardzeit. Gut, ist auch die Frage, wie das weitergeht, ob man hier später noch Änderungen sehen wird, ob es Schaltsekunden wieder geben wird, weil es dadurch wirklich viele Fehler gibt. Ja, natürlich ist das etwas überspitzt hier nebenbei. Beispiel, also für die Schalttage ist das natürlich keine Lösung, wenn wir uns an jedem Tag zu irgendeiner anderen Zeit treffen müssen und man sozusagen den Schalttag auf den ganzen Februar verteilt. Allerdings ist das tatsächlich die Lösung, die Google fährt für die Schaltsekunde. In dem Video zu den Zeit-Snapshots sozusagen, da kann man das auch erkennen, beziehungsweise es gibt da sozusagen die Idee, dass man diese eine Sekunde über die ganze Minute oder sogar über eine ganze Stunde verteilt. Gut, dazu noch ein paar Ideen, ein paar Weisheiten. Das heißt, wenn wir jetzt annehmen, wir schreiben die Software und die muss eigentlich nie wieder von irgendwem verstanden werden und nur von uns, dann ist das das Schlimmste, was man machen kann und wir sehen jetzt auch, warum das so schlimm ist, weil natürlich brauchen wir Wartung, natürlich muss man irgendwie mit umgehen, wenn das System im Betrieb ist und es tauchen Fehler auf, die nicht akzeptabel sind, dann müssen die behoben werden und in manchen Fällen, wie hier mit sozusagen, wo das einfach kritisch ist für, inzwischen kann man sagen, dass das auch das Internet ja eine kritische Infrastruktur ist, weil viele Sachen dann nicht funktionieren. Ja, das geht im schlimmsten Fall gehen in Zukunft auch OPs nicht, wenn das Internet nicht geht und ähnliches. Das heißt also, das ist eine ganz wichtige Sache, dass man solche Sachen schnell behebt für die Firma, aber manchmal ist es natürlich auch aus anderen Gründen relevant, weil man eine Sicherheitslücke hat, die sehr kritisch ist oder ähnliches. Gut, und was anderes, was das ein bisschen stärker noch auf den Punkt bringt, Und ja, das ist nicht John F. Woods auf dem Bild, sondern das ist ein Filmcover. Das Beispiel zeigt eben, dass sozusagen Maintenance ist nur möglich, wenn der Code entsprechend nach bestem Wissen und Gewissen geschrieben ist, nur dann geht das vernünftig. Und die Vorstellung sozusagen, dass die, die die Wartung betreiben, Psychopathen sind, die kann einem dann sozusagen helfen und einen motivieren, die Software gut genug zu schreiben. Gut, wir haben in dem Teil darüber gesprochen, was eigentlich für Wartungsaufgaben entstehen können anhand von Beispielen, nämlich anhand der Schaltsekunde. Wir haben über Lösungen gesprochen. Das heißt, dass man in der Software zum Beispiel immer davon ausgeht, dass auch ein Zeitintervall, was ich aufzeichne, mal negativ sein kann und wie man auch damit umgehen kann, sozusagen gar nicht erst negative Zeitintervalle zu erreichen, indem man quasi immer wieder ein bisschen was drauf rechnet, auf Sekunden oder abzieht. Was wir auf jeden Fall gesehen haben, ist an dem Beispiel, innerhalb von 90 Minuten musste das Problem gefunden und behoben werden und möglichst natürlich noch schneller. Und wir haben, das ist ein völlig anderes Entwickeln, als wenn ein Entwickler auf Arbeit kommt und macht seine Arbeit. Und natürlich wäre das in 90 Minuten auch nicht denkbar gewesen, wenn das Maintenance Team nicht schon vor Ort gesessen hätte oder schon darauf eingestellt gewesen wäre. Natürlich ist es so, dass in großen Unternehmen einfach viele Teams bereitstehen, wenn so eine Schaltsekunde ist und man sich sozusagen darauf einstellt und eine Bereitschaft hat, wenn da was schief läuft. Gut, und wir müssen tatsächlich die Wartung schon berücksichtigen, wenn wir Software entwickeln, anders ist das nicht machbar. Gut, das Beispiel, was wir jetzt hier sehen haben, ist natürlich nicht das einzige Beispiel, wo die Schaltsekunden ein Problem machen. Das heißt, ich würde euch vorschlagen, dass ihr mal guckt, was gibt es vielleicht noch so für Probleme, die irgendwie aufgetreten sind, vielleicht auch gucken, was auf Wikipedia und Co sich einfach über Schaltsekunden ein bisschen belesen, was so die Kritik daran ist und dann findet man häufig da auch Beispiele dazu. Und da wäre es schön, wenn ihr da Beispiele für die anderen raussucht, in Moodle reinschreibt und dann wiederum für eure Kommilitonen da Votes abgibt und sozusagen guckt, was sind die die besten Beispiele, die uns motivieren können, wie man mit Zeit umgeht. Und ich glaube, das ist auch ganz interessant, das vielleicht auch ein bisschen allgemeiner zu betrachten, nicht nur auf Schaltsekunden, sondern was gibt es noch für Fehlinterpretationen für Zeit. Das wäre dann eher ein konzeptioneller neuer Beitrag als Erweiterung und Vertiefung für diese Vorlesung. Dann bis gleich im nächsten Teil. Und dann bis gleich im nächsten Teil.